hallo und willkommen zu diesem capstone video wir sollen diesen term ausmultiplizieren aufgrund der termstruktur erinnern wir uns gleich an die binomische formel a plus b in klammer hoch 2 a plus b quadrat ergibt wie wir wissen a quadrat plus 2 ab plus b quadrat also können wir das nun anwenden auf unseren term die rolle des a übernimmt x und die rolle des b übernimmt der dreier also a quadrat in unserem fall also x quadrat plus zweimal a mal b also zweimal x mal 3 zweimal 3 ist 6 also haben wir hier 6 x plus b quadrat also plus 3 quadrat oder plus 9 damit haben wir richtig ausmultipliziert und das beispiel ist fertig gelöst